Mitten im Schusswechsel einfach hinrollen, hallo, das ist ein lahmer Nachmittag für uns. Ähm, ich befürchte mal, müssen wir auch wieder da, müssen wir auch da hoch? Ich glaub schon, ne? Oder? Ah. Ja, komm! Gib ihm! Dem scheiß Herr der Lügen. Oh, okay. Das ist sad. Der Bastion hängt immer das System. Der hackt, der hackt immer das System mit seinen komischen Beträgen. Grün, bitte stirbt weniger, so schnell kann man doch gar nicht mitziehen. Ja, ich versuch's, danke. Was ist denn hier los? Mann. Was, was, was? Hätten auch ruhig ein bisschen unterschiedlicher aussehen können, die Gegner, oder? Na komm, wirst du wohl den Herr der Lügen können, dann kannst du dir das doch selber beantworten, wo Lola gerade ist. Oh, das tat bestimmt weh. Ja, guck. Hör! Ich kann ihn sehen. Das tut weh, hm? Scheiße! Ja, da hat er dann wieder irgendeine Shotgun gehabt. Ach, verdammt. Wusste nicht, dass dann, ja, ich sollte mich vielleicht mal dran gewöhnen, dass da echt scheiße viele Gegnerwellen immer waren. Also, die Wellen der Gegner waren echt immer sehr lang und viel. Ich chill jetzt einfach mal ein bisschen. Oh, wie fühlt sich das an? Das ist bestimmt nicht so lecker für die. Und da fällt er. Ja, genau, der hat mich gerade gekehlt mit seiner hässlichen Shotgun. Das sind zwei Großfamilien. Welche weibliche Stimme sagt hier eigentlich dauernd irgendwas, hä? Reicht's da mal mit der Welle? Wollen wir nicht sehen? Ja. Ist Endlevel, okay. So, ist vorbei, danke. Ach, nö, ey. Oh, wie fühlt sich das an? Ach, jetzt sprengen sie mir wenigstens den Weg. Das ist ja freundlich. Ja, siehst du, die sehen exakt gleich aus. Da hätte man sich schon echt mal mehr Mühe geben können, oder? Wahrscheinlich. Ja, man, dann skippt halt nicht so viel. Ja, ich weiß. So, ich hätte gerne noch ein bisschen Pistolen-Munition, aber mit der räume ich immer ganz gerne auf. Wo? Wo? Ich muss vorsichtig sein. I see. I see. Lass umgehen wir mal, lieber. Halt durch, Elena. Ah, Elena. Ich glaube, I'm coming for ya. Ja, das schafft er aber dann. Für überproportionales Auftreten sind die bekannt. Ich verstehe. Das erklärt natürlich einiges, warum die alle so gleich aussehen. Ich glaube, wir kommen aber ganz gut voran, oder? Oh, das ist ein Raketenwerfer-Typ. Wusste ich doch, dass er jetzt eine wirft. Ja, ha, ha. Ich weiß gar nicht, dass Nelson neben mir sitzt. Ah! Falle, 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 Falle. Vorsichtig. Oh, da ist er. Oh, warte, 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 warte. Ja. Vollidiot. Siehste, kein Wunder, dass die alle dumm sind bei ihrer Inzest-Familie. Wundert mich gar nichts. Aber die geilen ganzen Fallen gleich aufschießen und sie alle mitnehmen. So, Blindschießen können wir ja auch. Ja, manchmal muss ich halt auch... Manchmal muss ich halt doch wechseln, die Waffe. 95 Gegner getötet, war im Rassisten wie so hart. Oh, Ruhe hast du hier nicht, das stimmt. Heilige. Du hast bloß nicht aufspießen lassen. Ich glaube, das ist mir damals schon mal passiert. Ach, nö, kommt schon. Macht mal die ganzen Fallen auf. Hey, so kannst du jetzt auch mit mir auch nicht reden. Boah, war der Headshot nice im Rüberziehen, ey. Uiuiui, war der nice, ey. Schön im Rüberziehen den Headshot verpasst, man. So, ich mach das, wie gesagt, alles erstmal lieber auf. Oh, warte, 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 warte. War schon kaputt? Brauche ich mir kaum hier durchgehen. Aber du warst so nicht kaputt. Warte, 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 warte. Ja, Baby, genau das meinte ich. War hier noch was? Ah, ein Schatz. Warum sollte man da auch sonst hochgehen können? Ein Silberner Inka-Ohrring. Schatzsucher-Anfänger. Naja, ich bin, äh, bin, äh, Schatzsucher mit dem Anfänger. Bin eher so der Headshot-Experte hier. Oh ja, jetzt mussten wir hier hoch. Ich erinnere mich. Das darf doch nicht wahr sein. Wie soll das? Die Festung. Ja, Mann, die große Festung. Wie viele Kapitel gab's? Zwanzig? Heute durchspielen wir was? Ja, doch, theoretisch heute schon. Aber nicht mehr heute Nacht. Ah, ne, ich musste mich dann noch mal mit... Ach, ja, da war noch ne Liane. Weiter. Und dann hier rein, in die Festung. Jawoll! 22 hat er es. Ach so, ja. Also, ich denke mal, die Hälfte schaffen wir heute noch. Ähm... Hier rein. Ich schon mal nicht... Ach, wir mussten auch so ein Fenster, ne? Ich erinnere mich. Ja, ja, da war ein Fenster offen. Oh, das darf nicht wahr sein. Hä? Wer hat das gerade gesehen? What the... Was war das denn? Das muss ich mir gleich selber nochmal angucken. Hey, das sah gerade total unrealistisch aus. Die Kamera war nämlich so... Die Kamera hat gerade den Himmel gezeigt. WTF? Okay. Kann man mal so machen. Was war das denn, Sprayton Jus? Oh shit, ich musste runter erst. Ups. Ich musste erst runter. Sorry. Hier war ich doch schon mal. Ja, aber... Aber noch nicht wirklich genau da. Denn wir mussten einmal komplett runter. Okay. Ja gut, manchmal funktioniert es nicht so easy. Dann habt ihr wenigstens was zu tun mit eurem Deathcounter. Na also, warum nicht gleich so? Herr Nathan. Äh... Kommt noch höher. Ich muss durchs Fenster springen. Natürlich musst du das. There we go. Geht doch. Und ich glaub, hier ging's dann gleich wieder... Oh. Er ist da drüben. Fuck. Ich wusste nicht, dass sie da direkt stehen. Oh, egal. Schöne Drei-Headshot-Serie. Vierer-Serie. Oh! Okay. In Ordnung. Er kommt raus! In Ordnung. Da unten noch einer. Oh mein Gott. 100. Kopfschuss. Schöne Fünfer-Serie. Sechster-Serie. Oh Mann. Bin ich das, ja? Wiener-Headshot-Serie. Wo ist er? Wo ist der Typ? Da ist der Typ. Achter-Headshot-Serie. Kapitel 500-Headshots. Noch Fragen? Haben hier nicht auch welche? Bleiben wir nicht. Muss ich hier hin? Nee, jetzt laufe ich im Kreis, oder? Nee, glaub nicht. Hä, bin ich jetzt nicht wieder am Anfang? Ja, hier, hier hab ich angefangen. What the fuck? Neue-Headshot-Serie. Wo ballern die denn noch? Zehner-Headshot-Serie. Baby! Was los? Au, au.